Ich zeig dir heute, wie man eine automatische Q-Farm in der Minecraft-Version 1.18.1 baut. Und wir legen natürlich auch, wie immer, sofort los. So, vorweg, das wird ein kleines bisschen anders, das Tutorial. Du siehst schon, wir sind hier in unserer Minecraft-Underground-Online-Welt. Ja, heißt, wir spielen hier zu viert. Dienstags, Donnerstags streamen wir das Ganze immer hier auf dem Kanal. 18 bis 20 Uhr kannst du gerne vorbeischauen, ja. Die Farm, die wir hier bauen, ist in der Java-Version, aber sie funktioniert genauso in der Bedrock-Version, ja. Funktioniert 1 zu 1 gleich. Wir brauchen dafür folgendes. Und zwar brauchen wir sieben Glas, zwei Truhen, zwei Lava-Eimer, einen Wassereimer, einen Beobachter, drei Werfer, drei Trichter, zwei Knöpfe, zwei Fichtenholzfalltüren. Und das war es schon, ja. Wir nehmen jetzt mal die Truhen hier, sagen, hier an der Wand habe ich das schon vorbereitet, wollen wir die Farm bauen. Wir gehen hin, machen so zwei Blöcke davor weg, ja. Wir müssen das jetzt mal hier ein bisschen freimachen. So, weil wir im Survival-Modus sind und nicht im Kreativ-Modus, setzen wir uns hier so unsere Truhe hin, ja. Als nächstes brauchen wir die drei Trichter. Dafür müssen wir uns jetzt ein bisschen Platz machen hier. Wir könnten eigentlich mal hier unsere gute Hacke nehmen, weil die ist ein bisschen schneller, ne. So, so, so. Die ist schon ein bisschen verzaubert. Machen wir jetzt einfach die Wand hier so komplett weg, dass wir in Ruhe bauen können, ja. Weil wir brauchen den Platz. So, machen das mal alles weg hier. Kompletti, gib mal her die Blöcke, die können wir noch schön zum Bauen nehmen. Hinter der Truhe so drei weg. Nehmen jetzt unsere Trichter, der mittlere sollte Logo sein, so da rein. Von beiden Seiten auf den mittleren Trichter zeigen, so dass nachher alles in den mittleren Trichter und halt in die Truhe geht, ja. Ja, wichtig. So, jetzt brauchen wir folgendes. Und zwar unseren Beobachter. Den nehmen wir deswegen hier auch ein bisschen mehr Platz. Setzen den so da drauf, dass der Pfeil hier von der Kiste weg in diese Richtung zeigt. Also hier bei uns in Richtung Wand, ja. Nehmen uns jetzt unseren ersten der beiden Knöpfe. Setzen den hier so drauf, dass wir den dann hier benutzen können und wir hier ein Signal kriegen. Hat folgenden Zweck. Und zwar machen wir jetzt hier in der Mitte wieder alles zu, ja. Die drei können wieder hin und setzen dann dort in die Mitte jetzt einmal Redstone. Wenn wir jetzt den Knopf drücken, sehen wir, das Redstone wird ausgelöst und kann dann jetzt hier links und rechts jeweils einen Werfer auslösen. So und so. Da kommt gleich Lava rein, würde ich aber ganz zum Schluss rein machen, ja. Nicht, dass du aus Versehen hier drauf drückst und dann hier alles voll Lava ist, ne. Also da gleich jeweils ein Eimer Lava rein. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt hin und nehmen unseren dritten Werfer. Den setzen wir so hier drüber. Da kommt jetzt das Wasser rein, ja. So funktioniert das natürlich noch nicht. Deswegen nehmen wir uns jetzt auch hier wieder unseren Bruchstein, den wir hier haben. Machen links und rechts daneben die Blöcke. Hier oben drauf auch, ja. Dass die Rückwand schon komplett fertig ist. Jetzt gehen wir hin und nehmen unsere beiden Falltüren und setzen die hier neben links und rechts jeweils hin. So, dass es der Block ist, der hier neben ist. Nicht der obere, ja. Das ist wichtig, denn sonst läuft das Wasser hier runter. Hier können wir jetzt hingehen und das links und rechts zumachen. Das heißt, wir haben hier gleich unsere Lücken, wo die Babykühe hinkommen. Hier oben werden die großen Kühe stehen, ja. So plumpsen die natürlich runter. Deswegen machen wir hier in der Mitte auch nochmal einen Block hin. Dass das Ganze so aussieht. Und können jetzt hingehen und hier schon mal die Eimer rein tun. Und Vorsicht, noch nicht auslösen, ja. Also links, rechts Lava, oben Wasser. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist das Glas hier vorsetzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir haben natürlich zu wenig, ne. Deswegen gehen wir mal gerade hier hin. Damit wir jetzt nicht noch Glas brennen müssen. So. Das ist der eine hier oben, ja. Der hätte da unten hin gemusst. Können wir jetzt wegmachen. Und dafür, äh, naja. Kann man das hier dann komplett zumachen, wenn man möchte. Ne. Wir lassen es jetzt mal so. Und sehen jetzt, dass wir noch hier oben unseren letzten Knopf verbaut kriegen. Den müssen wir jetzt einfach hier hin tun. Jetzt können wir das testen. Wir gucken mal. Hier kommt das Wasser raus. Wir sehen, es bleibt auch hier stehen, ne. Das ist super. Dadurch werden die Kühe hochgeschwemmt. Du kannst sie füttern, ja. Wenn wir wieder drauf drücken, Wasser weg. Kühe sind unten. Die kommen nicht hier raus, ja. Unten testen wir das Ganze auch mal. Wir sehen, links und rechts Lava. Wenn die Kühe groß werden, kommen sie da dran. Werden gebrutzelt. Sterben. Fleisch, Leder kommt in die Kiste. Babykühe bleiben unten stehen. Denen passiert nichts, ja. Alles, was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist mit ein bisschen Weizen die Kühe hierher locken. Bup, 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 bup. Und dann hier reinpacken, ja. Und vielleicht einen Deckel drauf. Oder hier eine Türe hin, damit kein Creeper oder sonst was hinkommt. Und am besten noch alles in die Luft sprengt. Und das war das ganze Tutorial. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, darfst du gerne einen Daumen hoch da lassen. Falls noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und ich würde mich freuen, dich vielleicht am Dienstag im Streaming zu dürfen. In diesem Sinne, ciao mit V.